Herzlich Willkommen zu Part 76. Jetzt sind wir im Rennen in Spanien, in Espanol, in Barcelona und jetzt wollen wir mal unsere gute Ausgangsposition von Platz 1 am Ende auch in Platz 1 ummünzen, aber man weiß, ich hätte nie was die mir für Strafung geben wieder. Ich gebe mein Bestes und dann wird das schon klappen. Eigentlich können wir nicht mehr für jetzt ändern, außer dass wir hier auf normal machen können. Aber ich wüsste mal gerne, wie stark meine Reifen ansprucht sind. Nein! Aber jetzt kommen wir auf die Strecke, weil wir nichts mehr hier machen können. Wir starten auf jeden Fall von der Pole und das ist schon mal eine wichtige und gute Ausgangsposition, die wir uns bzw. ich mir hart erarbeiten. Und ohne Abkürzen, weil das jetzt nämlich nicht mehr geht, die ich jetzt im Training herausgefunden habe, wo ihr auch wahrscheinlich auch nicht dabei gewesen seid. Wir können nur von 11, Pallen nicht, Button nur von 12 oder 13 sogar nur. Wir haben heute gute Chancen auf das Podium. Konzentrier dich auf ein sauberes Rennen und teile dich aus allem heraus. Ich konnte dich nicht lange genug da halten. Nein, hier ist kein Platz, hier ist auch kein Platz. Hier ist kein Platz, hier ist kein Platz. Das ist einfach kein Platz, Junge. So, ich habe mal 19. Vorsprung auf dem zweiten Himmel. Da hat sich also schon ein Viertel geschnappt. Wettel hat er sich schon geschnappt, da. So. Hat er gleich drei Zehntel aufgeholt. Nur ganz leicht. 13 ist eigentlich fast gar nichts. Bei diesen Randsteinen muss ich schön aufpassen. So, 1,29,7 ist ganz schön schlecht. Das könnte ja herankommen. Da ist kein Platz. Auch so gar kein Platz ist da. Für euch. Und wenn sein muss, wenn ich die mit allem, was ich habe, verteile in den ersten Platz. Der kann auf jeden Fall schneller anscheinend. So wie es aussieht. Aber ich kann im Moment nicht schneller. Das, was ich jetzt fahre. Das meine ich. Wenn ich die nämlich zu stark mitnehme, dann geht das Auto weg. Die zu einmal nur zu stark mitnehmen. Jetzt waren die Türkurven natürlich richtig scheiße gewesen. Oh, ich habe jetzt hier nur ganz viel gehört. Nichts gehts. 1,7 Sekunden mal eben schneller. Klar, wenn ich solche Fehler mache, dass ich da nicht lange vorne bleibe. Ich muss versuchen, irgendwie außerhalb der Sekunde zu kommen. Jetzt kommt er aber ran. Willst du mich schon wieder drehen? Dafür will ich da eine Strafe kriegen. Bei wem war rein? Hamilton oder wie? Aber wie hast du es wieder vor? Also, da will ich sogar noch ein wenig schlafen. Also, ich muss nachdem noch nicht mehr. Ansonsten hat Himmel den überholt. Jetzt 27,4. Bam. Letzte Runde. Wenn da jetzt nicht noch einer schnell ist. Ich glaube aber... Ja, ja. Frostberg ist noch mal ein bisschen schneller. Nummer 13, ja, der holt jetzt auch in 1. Sektor auf, die Pissbierne. Ihr kommt ja auch ran, ey. Scheiß Windschuttle, ey. Hier komme ich aber immer gut weg, das ist super. Bumm. Der hat DAS, aber der kommt jetzt nicht ran. Der kommt zu spät ran. Jetzt fällt Rekum. Ja, weil die auch DAS und so weiter haben. Ich nicht. Aber ich kann auf jeden Fall schon einigermaßen miterhalten. Ist auf jeden Fall nicht so, als müsste ich die ganze Runde Kampflinie fahren. Die hinter mir können ruhig so schnell fahren, wie sie wollen. Also, die nach dem zweiten sind. Ich gucke eigentlich nur auf mich und auf den zweiten Intermin. Ja, der jetzt kommt da ein bisschen wieder ran. Jetzt ist er ein bisschen dichter dran. Aber im letzten Sektor verliert er einiges. Deswegen kommt er jetzt auch hier nicht ran. Die Box ist für dich bereit. Komm diese Runde rein. Kommt hier nicht? Okay, jetzt kommt er doch ran. Ein bisschen durch den Dreck fahren. Nicht nur ein bisschen. Ich fahre ein bisschen viel durch den Dreck. Nichts geht. Nichts geht. Ich fahre noch weiter. Auf jeden Fall dürfte ich eigentlich vor Alonso bleiben. Wenn die jetzt mal einen guten Stop kosten, macht die einen riesigen Stop, ey. Fahr, 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 fahr! Ja! Vor Alonso. Jawohl. Jawohl. Darf ich nur nicht hier... Allzuviele Fehler machen. Dein Vordermann hat die Weichen reißend auf. Könnte schwierig werden, in diesem Stim die Lücke zu schließen. Jetzt geht es nämlich um die... Weil die jetzt nämlich nach mir wahrscheinlich jetzt reinkommen. Drück knapp vor Alonso und mach Tempo. Lass sie nicht einholen. Das muss ich natürlich auf Fett stellen. Weil ich nämlich jetzt hier eine gute... Gute Inlab machen muss. Weil nämlich ansonsten die... ...mich an eine Box überholen, weil die nicht... ...zu viel Zeit hinter dem Vordermann zu verlieren. Du bist schneller in Sektor 2. Im Moment bin ich... ...bin ich nämlich in Ferrari-Sandwich. Nicht reicht es, ey. Ja, auf jeden Fall vor Rakeln. Es könnte... ...knapp werden. Nein. Zwei vor mir. Nee, das ist der Erste. Der Erste ist gerade vor mir. Nicht so viel Zeit verlieren. So, einer hat mich nämlich an der Box überholen. Und das war der Hamilton. Weil eine Runde länger draußen im Leben ist. Jetzt bin ich aber an ihn dran. Weil nämlich kalte Reifen hat. Hier geht es jetzt um den Sieg. Jetzt muss ich nur lang genug dranbleiben, dass ich DRS kriege. Ich kann nämlich nicht schnell genug fahren. Fuck. Das muss natürlich jetzt wieder wiederholt werden. So. So, jetzt muss es klappen. Das konnte nicht klappen. Fuck. Keine Rückblende mehr jetzt. Klar, das nicht klappen konnte. Ich bin aber immer noch an ihn dran. Das ist das Gute. Die DRS sind ja natürlich ziemlich ausgemufft. Das muss ich jetzt hier versuchen. Wir sind zu weit weg. Die DRS sind ja wirklich ausgemufft. Ja. so jetzt hab ich dich Pisser so überholt man du aber nicht ja hab ich dir eins wieder zwar mit dem Kampf aber ich hab sie wieder wach harter Kampf richtig hart so letzte Runde nochmal von mir aber er weiß selber dass es hier schwer ist zu überholen mit der er ist ich hätte ja gerade an mir gesehen wie schwer das ist ich werde die Position jetzt nicht mehr loslassen Paris hole ich aber jetzt auch auf wenn der nicht mal härtere drauf hat dann jetzt im letzten Stint so lange wie möglich soll er es fahren soll er mit voller Drehzahl fahren kein Problem mit so jawohl jetzt fährt er nämlich in der Box boah jetzt geht's aber hier los kommst du nicht ran hier auf den Granin Granin ist ein bisschen zu kurz nur zwei Zehntel ein ich werde drehkündig schnell so kann mir auf jeden Fall vor Leben behaupten vor den beiden und erster bin ich sogar nach den harten Aktien nach den harten Aktien Hammenden dazu überhauen boah das war richtig heftig eigentlich aber jetzt kommt er ran jetzt kommt er ran jetzt habe ich ihn ran kommen lassen weil ich mich nicht richtig konzentriert habe das wird ja jetzt wird das heftig muss ich sogar selber feststellen gibt's nicht aber jetzt haben die mich ein bisschen verloren ist doch gut dass der noch außerhalb einer Sekunde kann er keinen DS einsetzen wenn ich jetzt nicht so viele Fehler mache dann ist diese Runde sicher vor ihm verliert sogar zwei Zehnte verliert sogar zwei Zehnte was wird das für eine Runde eins 26 zwei knapp noch in der Sekunde drin und auch nicht eh doch doch ist er drin weil er weil er so schnell aufgeholt hat und deswegen dachte ich ist er nicht drin noch vier Runden heftig wird das noch klar Peres das ist jetzt schneller wenn ich neue frische Weiche drauf hast wir glauben wir glauben dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl er versucht die Lücke zu schließen oder das ist dumm natürlich hat er auch eine Runde frischere Reifen drauf das ist natürlich auch sein Vorteil jetzt geben wir alles geben immer alles geben immer alles geben immer alles wir sollten nicht vorbeilassen wir sollten es nicht machen oh 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 hier gerade ist zu langsam äh zu lang äh zu kurz wenn der jetzt innen vorbei geht ey dann passt die ja auch weil die da hier keinen Platz mehr macht Platz jawoll die sind nämlich noch dahinter geil gut dass ich so jetzt fahre ich mir nämlich einen schönen Vorsprung aus das hat mich diesmal jetzt wieder bisschen gerettet dürfte jetzt außerhalb einer Sekunde sein sag ich doch meine Reifen lassen langsam nach merke ich schon bisschen vorsichtig muss ich jetzt fahren genau hier mal gucken was das ist ah das ist jetzt ziemlich schlecht weil ich aber auch aufgehalten wurde noch zwei Runden beziehungsweise vor der letzte Runde jetzt werde ich nichts mehr aus der Hand geben das könnt ihr vergessen könnt ihr vergessen will ich auch nochmal auf Fett stellen jetzt kommt er auch noch ran rein jetzt kommt er auch noch ran rein hier noch eine spannende vorletzte und letzte Runde jetzt die Runde wird noch spannend so boah noch mal schnell zur Runde jetzt äh voll meine persönlich schnell zur Runde gibt's nicht so boah so letzte Runde jetzt keine Scheiße mehr bauen dann ist das nämlich ein Sieg hier gut rum geht natürlich noch besser aber mit den Reifen geht's wahrscheinlich nicht mehr viel besser hier schlecht rum jetzt kommt er nämlich ran gut hier schön rum hier schön rum wir jetzt haben was jetzt haben wir es hier schön rum jetzt haben wir es nochmal ja man geht doch Sieg ja man ja Ja man, geht doch, 2,3 Sekunden, ja man, ja, ja, zweiter Saisonsieg und das in Europa-Hauftakt, wo ist Button, Button 08, da kriegt 4 Punkte, 1, 2, 21, wir haben die WM-Führung, wir haben die WM-Führung, wir haben die WM-Führung, ja man, tut es gerade, Rökel auf Platz 2, sieht gar nicht schlecht mal für unser Team aus, wir sitzen dann kurz zurück, ja, das fühlen wir, ja, das sieht super aus, fortsetzen, und jetzt haben wir es geschafft endlich, zweiter Saisonsieg, hart erkämpft, ja man, war wichtig, so, hey, hey, ja, boah, ja, ja, du hast richtig gekämpft, aber ich hätte noch mehr gekämpft, das ist wichtig, das war wichtig für den Sieg, dass ich den Hamilton nochmal überholt habe, in der DS-Zone, das ist eigentlich, wahrscheinlich kommt jetzt hier keine, gar nichts kommt hier jetzt, stimmt, kein Artikel, ah, seht ihr, kein Artikel, die wollen mich nicht in den Himmel loben, ist aber schuld, jawoll, so, ja, 3000 Punkte zum nächsten Level, was haben wir denn für E-Mails, okay, Team-Interest-Duell-Daten, mehr WM-Punkte, schnellste Runde hat er jetzt eine mehr wieder, Sieg im Kölfern-Duellen, habe ich gewonnen, ja, aber tropfen, 3 zu 2, schlitz, knappes Dingern ist das, Ziel im Rennen, äh, Renn-Ergebnis, Ziel, Kölfern, erst, Kölfern, ja, nur A6, 10 Liter, schnellste Runde, also, so schlecht waren wir gar nicht, zweiter Saisonsieg, danke, Heifenfleischlei ist gut, haben wir doch ein gutes Setup rausgefunden, und hier, in Monaco, meine Haschstrecke, aber hier, hier kann man eigentlich kaum überholen, wenn, muss ich gut, einen guten Startplatz haben, und dann passt das eigentlich auch, ja, Team-Interest, äh, gut, ähm, ja, ist in Ordnung, gut, aber das war's jetzt erstmal wieder für diesen Part, wir sehen uns im nächsten, in Monaco wieder, und wenn wir da den Glamour Grand Prix, äh, Grand Prix, sag ich schon, Grand Prix starten, hoffentlich, gehen wir auf jeden Fall als WM-Führer dahin, ja, auf jeden Fall verabschiede ich mich hier erstmal, ich hoffe, jetzt hat euch Spaß gemacht, mir bei den Falten zuzugucken, und, bis bald, hallo rein und tschau'sen.